Hallo meine friends, hier kommen wir jetzt in einem neuen Video, wo sagt uns heute geht zum einen 40.000 Aufrufs-Vershow, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wenn ich mir den Link finde ich in der Video bedanke, ja, dann würde ich mir jetzt vorhin viel Spaß auf das. Ich scroll mal durch, vielleicht finde ich was Gescheites. Augen offen halten. Ja, vielleicht fangen wir von unten an, ja, und zbt mit 74 videos zwischen das und das, ja, das werden wir verwenden oder den ja viel Spaß bei der Anschauung. gut wunderbar läuft 9 minuten 43 fahrt mit der dt3 nach nordwestring das wenn wir öffnen neue dinge sind ja viel spaß gut ja sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus gut wurde noch nicht da kann kann sich aber ändern 228 aufrufe am 28 7 18 hochgeladen das wenn wir laufen lassen neue dinge sind ja viel spaß gott ist ja und dunkel war das noch schön ohne mundschutz ohne corona ohne pandemie hier war übrigens erfahren oder irgendwo hinzufahren ich habe mal glaube ich gelesen dass die dt 1 2 und 3 bis zu 90 mkmh drauf haben ich glaube die neue dt4 oder dt1 go hat bis zu 100 oder 110 km aber bei der eisenwahlentäne ist ja klappt durchfallen aber naja ich beschwere mich ja nicht mehr da sieht man wie die grad rein fährt das können wir ein bisschen lauter machen ich wüsste geht nicht viel mehr 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 da geht mehr 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 komm jalla erdbos ring ich glaube da hatte ich schon das alcatel 3c das 3v habe ich erst seit letztem jahr das ist schon funktioniert schon gar nicht mehr finde ich schade warum warum bei alcatel siehst du da jemanden mit mundschutz umlaufen ich glaube nicht mehr wer auch nicht beleidigen oder so klinge aber das nervt langsam irgendwie ne ja das kind in hintergrund schreit ja die strecke war schon ganz gut vor zwei jahren das kann ich mich gar nicht beschweren ich könnte es mal wieder machen wenn die das ein bisschen sich gelockert hat manche leute steigern sich auch rein na ja maxfeld oder friedrich immer platz toll ich glaube friedrich immer platz naja wenn es halt gefällt gut self ist self na jetzt ok 31 minuten 20 fahrt mit der u1 nach fährt haupt hauptbahnhof genau 31 minuten 20 fahrt mit der u1 nach fährt hat höhe das wenn wir auch verwenden neue dingen sind ja viel spaß gut ja ja 376 aufrufe am eier 376 aufrufe am eier 376 aufrufe am eier ja die zahl ist klein das sieht man so schlecht mit eisbrillenträger ok 376 aufrufe am 1.8.18 hochgeladen das haben wir auch laufen lassen das war auch glaube ich vor zwei jahren ich habe die uzbts mal sortiert das älteste zum neueren dann finde ich erstens mal einfacher und zweitens ist besser stimmt da haben sie doch gerade gebaut das war lustig ne musste so erst umsteigen dann aussteigen und dann wieder komischerweise fallen die baustelle immer zwischen fährt hat höhe und langwasser süd immer in den ferien oder wenn man gerade urlaub hat ne musste entweder mit bus fahren und der bus fährt nicht wegen streiks das haben wir alle schon durch ne das ist eine dt2 keine dt1 und keine dt3 eine dt2 die gibt es immer noch ne mittlerweile finde ich die dt4 auch nicht mehr so geil die ist erstens mal scheibendunkel zweitens leise finde ich auch nicht so schlecht aber drittens äh weniger sitzplätze ne das ist eben das was ich meine ne ja komm muss ja mal was laufen ja was kommen ja gar nicht mehr so schlecht ne auch mit dem alcatel 3 10 ne mittlerweile schon nicht mehr gebraucht nicht mehr zu gebrauchen ne das ist ja noch das alcatel pixi 4 ne das 3 ca hatte ich glaube ich erst danach ne funktioniert auch nicht mehr so gescheit ne das finde ich schon schade ne aber da kannst du auch nichts machen hallo ja so ist es halt ne kann man sich eigentlich gar nicht beschweren ne ja eberatshof siehst du da irgendwo abstand oder hier maske nope finde ich noch geile zeiten ne jetzt ist alles nur noch bescheuert ich will ja nicht beleidigen klingen ne ja komm jalla naja wenn es halt gefällt ne auf jeden fall ne gut ja dann kommen wir jetzt zum nächsten video und zwar ja zwölf minuten zwölf und zwar fahrt mit der dt3 nach roth ne rothenbach zwölf minuten zwölf und zwar fahrt mit der dt3 nach rothenbach das immer auch laufen lassen ja viel spaß beim anschauen gut ja 164 aufruf am ersten 818 hochgeladen das immer auch laufen lassen ja viel spaß ja da war ja zu viel ja iphone klingelton warum denn nicht ne obwohl ich apple eigentlich nicht so naja gut die einzigen handy marken die ich ja gut finde ist alcatel huawei und mittelmäßig hier samsung htc sony sony die besten handy sind bei mir alcatel huawei mittelmäßig samsung htc sony und schlecht iphone apple aber wenn das immer mein chef hört wenn ich das sagt dann sagt er huawei ist schlecht obwohl huawei sehr gut ist ne sind am start haben wir ja gerade den saturner mediamarkt zu klein wir wissen wie oft die verkauften safe operaria ist doch die stricke zwischen flughafen und rothenbach es ist sommer definitiv sommer die urban ist ja jetzt schon leer manchmal auch voll wenn es 2k display ist es gar nicht mehr so schlecht wenn 2k display ist immer noch besser so haben wir noch ein bisschen was ist ja leider mein handy nicht sonst kann ich bestimmt welche marke das ist aber gut na ja wenn es halt gefällt gut okay haben wir das schon gehabt okay ein bisschen was neueres müsste noch kommen ja und zwar 29 minuten 28 vhg spezialfahrt mit der trump 8 nach ne ja so 29 28 und zwar vhg spezialfahrt mit der trump 8 nach doro zentrum und zurück das immer auch laufen lassen neue dinge ja viel spaß beim anschauen gut es geht ab 454 aufrufe am zwölften sekt ja ich muss mal kurz was trinken machen sie mal kurz so ich bin jetzt hier war ich habe aber was getrunken ja immer die schaumform und wenn ich irgendwas reden ja letzter zeit eigentlich nicht aber wenn ich so viel nur schul ist es auch nichts ne hört sich im video erstens mal beschissen an und in als audi aufnahme uhr 454 aufrufe am 12 sechsten 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 wie auch schon für jetzt zahlen zu lesen 454 aufrufe am 12 sechsten die letztes egal 454 aufrufe am 12 sechsten letztes jahr hochgeladen ist mal auch laufen lassen neue dinge ja viel spaß gut 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 ich glaube das war das erste straßenbahn video da habe ich immer regelmäßiger gemacht letztes jahr ich glaube da hatte ich noch ferien da war ich glaube ich noch in der schule ich gehe erst ab letztes jahr arbeiten september geld verdienen tue ich gut aber das sage ich ja nicht wegen datenschutz muss ja niemandem was angehen und namen darf ja darf man ja auch legen nein na gut vor drei vier jahren hätte mir noch youtube noch ein bisschen mehr spaß gemacht als heutzutage kannst du kein lied laufen lassen uhr bei rechtsverletzung wenn du namen sagst könnte ich schon dein video verlagen oder irgendwas und bei spiel musst du auch schon mittlerweile aufpassen da musst du schon eingeben nicht auf hochladen weiter eingeben ob das spiel für kinder geeignet ist oder nicht mehr kannst du dann auf dem laptop wenn du auf der arbeit bist oder irgendwo gar nicht anschauen nervt ein bisschen naja ja muss halt eben laufen laufen fallen ja gut ist ja ich glaube da hat es nicht so war mir jetzt ja in sommer 38 38 grad ja ist ja ein 25 grad ist ja noch okay aber auch warm zwar nicht heiß aber warm ich glaube da hatte ich schon mal ein alter 3 frauen weil das habe ich mir letztes jahr gekauft und das war ja dann juni ja das ist schon ganz safe marcelo es regeln ich finde ich gut man muss nicht vielleicht dieser doppel dieser längere bus der hat ein na ja gelenke busse gibt es ja und gelenke in der straßenbahn gibt es auch schon mit dabei oder schon ziemlich lange wenn man die schluss im rauf dazu nö brauchen wir nicht ranzoomen ist ja nichts wichtiges ne mal schauen ob das schön scharf ist ne da hörst du das gelenk wie das knackt voll das ist scharf ja komm schon naja wenn es halt gefällt das so dann machen wir jetzt eine andere playlist noch bevor wir hier einschlafen das wollte ich jetzt nicht die nächste playlist und zwar was könnten wir noch verwenden ja extras zwischen dessen das hier mit 62 videos ist wenn man auch öffnen und verwenden neue dinge sind ja viel spaß man anschauen gut wunderbar läuft ja werbung das darf ja nicht fehlen und absolut rein vodka gorbatschow schmeckt nach nix ja geht ok so und soviel aufrufe am 23 1 dieses jahres hochgeladen und zwar rave 9 versus trainer raff 9 versus grace hill ray kranz exzellente szene terminator 6 dark fate habe ich ja auch auf die verdiene könnte ich mal auch mal wieder anschauen aber zurzeit ja ja der letzte arnold schwarzenegger film aber gut wenn ich mal machen will dann ist es dazu dann hat man das sagte ich glaube das video habe ich glaube ich auch beim osters ich glaube das video hatte ich auch ja ich finde den film eigentlich gar nicht mal so schlecht aber den dass das video egal oh ja ja Zzz! 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 Off! Zzz! Zzz! reifen weg ich glaube das hatte ich doch netten und das von 40.000 aufruf special ist es eigentlich gar nicht mal so schlechten ich glaube ich hatte es ich glaube dass er gut dieses video hatte ich glaube ich dieses jahr april bei oster spezialpart 1 bis 6 da habe ich das video auch verwendet und deswegen kommt mir das auch so bekannt worden deswegen 45 reden kann ich mal wieder total schöne doch keine chance Sarah Connor naja wenn es halt gefällt dann auf jeden fall ne gut ich bin immer ein dass ich es dieses jahr brille denn so ein oster spezialpart geht das nervt mich ein bisschen ne gut ja ich glaube dieses video hatte ich ja gut nervt die mich schon wieder ok 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 kommen wir jetzt zum nächsten video ne 2 minuten 23 und zwar terminator genesis 2015 pops versus t 800 serie 1 von 1 das werden wir auch laufen lassen neue dinge sind ja viel spaß man anschauen gut ich glaube das video hatte ich dieses jahr brille so ein oster spezialpart 1 bis 6 ne weil ich doch das dieses jahr mal durchgezogen habe im vergleich zu letzten jahr wo ich es nicht gemacht habe aber das ist auch ganz gut durchgekommen und für ein 40.000 aufruf special ist es eigentlich gar nicht mal so schlechten auf jeden fall ne gut ist ja selbst schon wieder werbung so und so viele aufrufe am 7 9 18 hochgeladen dass man auch laufen lassen oder noch nicht und so viele aufrufe am 8 18 hochgeladen zuuit so so den kämpft er gegen sich selbst noch im I've been waiting for you Auf Wosch Wosch So was laufen da auf jeden Fallen denn? Probably So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das darf auch nicht sein eins machen wir noch und dann machen wir schlüsse heute ich habe noch was anderes zu tun ok vier minuten 48 und zwar unmasked schießen woher's evolution free to 14 das immer auch laufen das neue dinge viel spaß man anschauen gut gibt es auch nicht mich verarschen das andere 2 minuten 22 terminator genesis 2015 john connor versus terminate dinge sind ja viel spaß viel spaß man anschauen gut so so viel aufrufe am 7 9 18 hochgeladen das mal auch laufen lassen neuer dinge sind ja viel spaß man anschauen gut gut dass ich jetzt die dvd haben keine chance ne Keine Chance, ne? You are never strong enough to defeat me. You are not alone. John, stop now. When will you ever learn? Why not? You are never strong enough to defeat me. You are never strong enough to defeat me.